Als Gemeindehaus sieht versiegelt aus. Was ist denn hier mit den Häusern? Noch ein Weister. Tür öffnen, benötigt ein Schlüssel. Ah, wieso kann ich nicht das Hühnerei holen? Wirklich? Naja. Hier kann ich in die Hütte rein. Wie von Chor. Truhe. Nein. Ich wollte die Schatulle durchsuchen. Ring des Beschützers. Kokosnuss. Dattel. Auch gut. Ein Bohrer. Ja. 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 Viel mehr bringt man hier auch nicht zutage. Okay. Schade. Wow. Eine Karotte. Gut. Gut. Ich kann hier auch nicht. Mal gucken was in dieser Hütte ist. Rote Apfel. Rote Apfel. Zusammengeräumt. Okay. Rote Apfel. Nur. Zwei von sieben. Lass mich doch... ...Bot darauf nehmen. Wasser Teller Messer. Lavendel. Was macht denn das hier oben? Hm. Was macht denn das hier oben? Ah. 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 Lederstreifen. Oben der Bruderschaft. Ah. Hier ist scheinbar... ...Mal mittlerer Rucksack. Stahlbarn, Silberbarn und Quecksilberruck zu fahren. Hm. Guck. Guck. Dann würde ich sagen, weiß nicht was ich zu tun habe. Brief an die Kroa. Da kann ich mir ruhig mal nehmen. Schatulle. Uhu. Und ne Rolle der Wasseratmung. Verbraucht man eigentlich die Rolle? Ohu. Hou. 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 Hm. Alles in Ordnung. Dann könnte ich mal alle Rollen verkaufen. Hou. 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 Hey, ist doch alles in Ordnung. Fünfte Offenbarung. Die fünfte Offenbarung Kurs. Hou. 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 Park. Aw. Hou. arc Quanns müde Satteln eine Truhe die haben ja gar nichts an Wert weshalb soll ich mir sie dann holen die nächste Seite wow oh shit oh shit oh shit oh shit die ist ja krass drauf die ist wirklich krass drauf ey was soll ich gegen die machen ich kann nichts gegen die machen ich muss eigentlich raus gehen ich muss sofort versuchen zu verschwinden wie soll ich gegen oh shit gut 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 ich bin draußen ja stop objekte so scheiße das ist ja eine ekelhafte Hütte was soll ich gegen die denn machen ich hab so gut wie gar keine gar keinen Schutz äh ich hab ja ein Rüstungswert von 39 der wird mich um 3 verbessern das würde um 4 verbessern aber dann würde ich halt meine 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 Rube halt verlieren die hat auch schon ja ja deswegen ist das Ding auch hier so schwer angegeben aha gut gut hier ist nichts drinne Ding der Leute hauen ich hab hier so viel Lichtmagie drinne lief an die Chor unten fass Bücher ja gib mir die Bücher sag mich wieso kann ich mir die Bücher nicht nehmen Indore Lagoschen Schlachtaxt ah ne die lass ich mal lieber ich bin so ich brauch noch 2 Häuser ah hier bin ich wieder am Anfang das bedeutet ich brauch jetzt die 2 oberen Häuser wo ich noch rein muss eins müsste das hier sein und da komm ich aber nicht hier rein sondern da muss ich irgendwie anders und das müsste das sein benötigt einen Schlüssel hm bitte öffnen tschüss mein Lieber Nägel 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 kann man immer gebrauchen das hört sich aber nicht so geil an ich würde sagen ich speichere hier mal kurz und öffne warte mal das passt das passt wow wow ey so weg mit dir so ich so auch nichts könne ein silberbarren ein schattenstahlbarren oh oh das ist ja cool ein paar groschen habe ich jetzt auf der hohen kante damit könnte ich mir jetzt das haus in den unteren gebieten äh nehmen äh so 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 gut gut das war ein kaiser snicken hm 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 wenn ihr die magischen litze durchdreht okay Ihr benötigt einen Schlüssel. Ambulette der zwei Schwestern finden. Wo habe ich denn das Aluminett der zwei Schwestern dann? Das hier ist das böse Haus. Ähm. Was habe ich denn sonst auf dem Kopf? Zehn Prozent weniger Mana. Äh. Was habe ich denn hier an Tränken? Ich brauche hier Giftentropie, ne? Feuerschutz, Feuerschuft, Genesungstrank. Hm. Okay.